Wie? Ich sterbe jetzt! Erratzt dich auch um! Das kann nicht sein, Mann! Hey, hey, komm hier! Das ist gar nicht okay. Er macht was falsch, Mann. Speed hit. Ihr könnt hier pushen. Einer steht. Ihr f***ter, ich habe euch so gebonst, Junge! willkommen zu einem erneuten video heute hier auf meinem channel natürlich geht es heute um wozu und heute stelle ich euch eine neue waffe vor wer hätte es gedacht heute geht es um die ffr ich muss von anfang an sagen die ffr gab mir richtig gefallen also finde ich zur zeit wie voll geil dass es nicht so eine richtige meter gibt man kann sagen dass es meter das ist meter das ist meter die ffr gehört aber auf jeden fall hatten zu einer der besseren waffen und ja ich würde sagen viel spaß mit den highlights am ende klassen setup wie immer und könnt euch einfach mal super ding andere seite noch Okay, los! Hey, warum geht nicht? Da kommt nur einer, da kommt nur einer. Da vorne rechts liegt einer. Hinter der Pflanze liegt einer. Ich fick alles. Ich könnte jetzt noch mal sterben. Ich denke... Du bist schaflos, oder? Du bist doch der Pflanzen! Ich hab Rizzi hochgehauen. Einer noch, einer noch. Noch einer noch. Ich hab ihn mit, ich hab ihn mit, ich hab ihn mit, ich hab ihn mit. Jaaa Gegenüber im Haus, hundertprozentig Ich verflash, oder? Rico, nur noch einer, nur noch einer Der andere ist self-arrived Der andere auch, der andere auch Hinter mir, hinter mir, hinter mir Hinter mir, hinter mir Oh mein Gott, die haben ihn so zerstört guesstüüüüüüüüüüüüü oh mein fucking god oh shit ich hab ihn gebombst, seien wir ehrlich so meine freunde kommen wir zum klassen setup, äh mündung, agency mündungsfeierdämpfer, Lauf, Sonderkommando Lauf Unterlauf, Feldagentengrip Magazin, Standard 50 Schussmagazin und dann zog ich Axial Arms Dreher Visier Ich sag euch jetzt, das Axial Arms Dreher Visier bin ich eigentlich gefühlt der Einzige, der auf dieser Waffe zoggt, das Standard Visier ist super Ihr könnt auch das Standard Visier spielen und dann lieber den Plünderenschaft raufknallen Hurra, hier ein Griff Das muss ich dann für euch wissen, aber ich zog persönlich das Axial Arms Dreher Visier Ja und dazu zog ich die Swiss Hier einmal nochmal zeigen, zack Genauso zog ich die Swiss Falls ihr die Swiss dazu spielen wollt Und ja, die Perks, das Wurfmesser Bandgranate Und ja, ich hoffe das Video hat euch gefallen Lasst ein Like, da lasst ein Abo da Ganz ganz wichtig, rund 50 Mehr als 50% haben mich noch nicht abonniert, also abonniert mich Ich küsse euer Herz Ja Bis zum nächsten Mal Bye Bis zum nächsten Mal.